Burghausen. Idyllisch an der Salzach gelegen, direkt an der Grenze zu Österreich mit der längsten Burganlage Europas. Und eine ganze Woche klingt die nach Jazz. Der europäische Burghausener Nachwuchs-Jazz-Wettbewerb ist der Auftakt zur 48. Jazzwoche. Hier, in der Street of Fame in der Altstadt, sind die größten Jazzlegenden verewigt, die in Burghausen schon auf der Bühne standen. Darunter Chet Baker, Count Basie, Oskar Peterson. Dieses Jahr bewerben sich um einen Platz in der Street of Fame unter anderem die legendäre Blues Brothers Band, Deutschlands Vorzeigetrompeter Till Brönner und Soul-Popstar Joss Stone. Der Mexikaner Antonio Sánchez ist mit einem ganz besonderen Programm nach Burghausen gekommen. Und das erfordert ziemlich viel Ausdauer. Wir spielen ein Stück, das heißt Meridian Suite. Das ist ein Stück, das ist kompostiert und das ist gemeint, mit keinem Stoppung von Anfang an Ende zu spielen. So, als wir starten, dann stoppen wir nicht bis 80 Minuten später. Das ist für uns viel Arbeit, mental und physisch. Aber ich denke, es ist wie ein Film, mit keinem Intermitteln. Und das ist mein Versuch, ein Musiker-Novel zu schreiben, anstatt eine kurze Geschichte, wo ich meine Charakteren über eine lange Zeit entwickeln kann. Antonio Sánchez bespielt das größte Drumset der Jazzwoche. Doch sein eigenes ist es nicht. Es ist unmöglich, ein Drumset zu tragen, wie wir reisen. Viele Flugzeuge, Flugzeuge. Sie haben immer ein Drumset mit den Spezifikationen, die ich möchte. Und ich bringe alle meine Symbolen und die extra kleinen Dinge. Verantwortlich dafür, dass für alle Musiker die richtigen Instrumente in Burghausen bereitstehen, ist Reiko Lienert mit seiner Verleihfirma aus Sachsen. Die Künstler bestellen, die Veranstalter sagen, okay, die kriegen alles oder sie kriegen nur die Hälfte oder sie kriegen nur das Große. Das Geile müssen sie mitbringen. Das ist immer eine Frage des Stils. Im Jazzkeller in der Altstadt klingen die Festivalabende gemütlich aus. Die Hausband spielt Standards. Wer möchte, kann einsteigen oder mit der eigenen Kombo gleich die ganze Bühne übernehmen. Vor allem die Musiker des Nachwuchswettbewerbs nutzen diese Chance, wie hier ein Teil des Antoine-Spranger-Quartetts. Lekisha Benjamin steht ebenso am Anfang ihrer Karriere. Wie ihr Idol, Maceo Parker, genießt es Lekisha Benjamin mit ihrem Saxophon als Bandliederin im Rampenlicht zu stehen. Es ist eine andere Weise, den Leuten deine Persönlichkeit zu zeigen. Denn der Saxophon hat keine Worte. Also wenn du am Anfang bist, kannst du mehr sprechen, kannst du den Leuten zeigen, wo du kommst. Ein großes Festival, das so viele ähnliche Saxophon-Spieler und andere haben, für meine erste Mal hatte ich einen guten Punkt in meiner Karriere. Es ist wie etwas, was du trinken, wenn du ein Kind bist. In der Wackerhalle, dem Hauptspielort der Jazzwoche, teilen sich immer zwei Musiker einen Konzertabend. Das bedeutet ständige Umbauten auf der Bühne und enge Soundcheckzeiten. Am Freitagabend, der traditionell auf jüngeres Publikum ausgerichtet ist, spielt nach Lekisha Benjamin der kubanische Pianist Roberto Fonseca. Für mich ist das Festival sehr wichtig für Musiker. Da kann man andere Musiker sehen und andere Musiker sehen. und dann lernt man viele Dinge da. Und dann wird man das Gefühl, dass die Musik größer ist als du denkst. Roberto Fonseca saß am Klavier beim legendären Buena Vista Social Club und bringt kubanische Musik nach Burghausen. Dass Kuba immer wieder versierte Pianisten hervorbringt, das liegt für Roberto Fonseca an der Ausbildung. Denn wir haben klassische Trainings, die uns viele Erfahrungen geben. Und gleichzeitig sind wir wirklich rhythmische Menschen. Wenn du die Rhythm und Melodie kombinierst, dann hast du ein starkes Klavier. Und die Leute werden dich respektieren. Auf dem wohl kleinsten Klavier der Jazzwoche bringt Roberto Fonseca ein großartiges Konzert zu Ende. Die Jazzwoche Burghausen hat in diesem Jahr ganz besonders gezeigt, wie breit gefächert Jazz sein kann. Die Jazzwoche Burghausen Die Jazzwoche Burghausen Die Jazzwoche Paul Die Jazzwoche Die Jazzwocheader Vielen Dank.